Fast Hero 60! Wir sind die Fast Hero 60! Mit unserer Pizza-Macht! Fast Hero 60! Nehmt euch von den Nacht! Fast Hero 60! Es werde erst rohen, wenn auch die letzte Pizza unmausgeliefert ist! Der letzte Teig nicht gebacken wurde und die letzte Salamig vergammelt hinterm Kühlschrank ging! Wer tut so etwas mit einer unschuldigen Pizza? Hm, ihr solltet doch beide an den Mönch ausliefern! Ist euch etwas Besonderes aufgefallen? Hm, ich habe die Pizza ausgeliefert, aber der Mönch hatte kein Trinkgeld! Also hat er mir Superkräfte gegeben! Dann habe ich auf den Klingelknopf gedrückt und das Kloster ist explodiert! Aber ansonsten nichts Besonderes, nein! Superkräfte? Jep! Okay, Kröter? Also ich habe auch an das Kloster geliefert! Dann kam ein Monster und hat meine Pizza ermordet! Dann hat mir ein Mönch Superkräfte gegeben und dann bin ich nach Hause gegangen! Willst nichts? Nein! Du bist ein Würfel! Ah doch! Ich habe ein Monster getötet mit einem Pizzaschneider! Ah! Okay, das ist ein Hinweis, aber was haben die beiden Fälle gemeinsam? Wenn wir nur wüssten, wo wir suchen sollen! Ich will auch Superkräfte! Oh, ein Fleck! Ist das da Kakao oder Pizza? Wie viel Fleck! Packst Pizza, Pellis? Miam, miam, miam! Äh, wie meinen? Äh, ich hätte gerne eine Pizza Nagasaki zum Kloster! Alles klar! Du leidst eine Familienpizze ans Kloster! Diesmal gehen wir alle zusammen! PIZZA-Reichern! Nöh Ich kann nicht rein! Ich glaub die Aktivationsfolie ist abgerutscht! Wir haben eure Pizza! Er ist ein Kampfmönch! Wisst ihr, wer all die Pizzen zerstört hatten? Ja, und ich kann euch zu ihm führen.